der Urheber ist, dann durch den Kabbalismus, dieses okkulte System des Glaubens, durch den Gnosticismus, endgültig im Osten und im Westen, mit der Verbindung hier durch die Templer zu den Jesuiten, zu den Freimaurern, und wir haben gesehen, dass die Jesuiten die Freimaurer gegründet haben, und dass durch die Freimaurerei vieles beherrscht wird, der Marxismus, die politischen Organisationen, die Banken und der Weltkirchenrat, und dass hinter denen wieder eine noch größere Macht sitzt, die Ritter und der Jesuitenorden und das ganze System. Morals und Dogma, das ist die Bibel der Freimaurerei, Seite 817. Die Templer, da redet es von den Templern, wie andere geheime Orden und Verbündnisse, haben zwei Doktrinen gehabt, zwei Lehren. Eine verborgen und nur für die Meister, und diese war Johannism. Also wir haben ein St. John's Hospital, wir haben die Johannszenar, wir haben, ach, das sind so viele St. Johannes-Organisationen, die dazugehören, und dahinter steckt noch eine geheime, okkulte Lehre. Und die andere, die öffentliche Lehre, war der römische Katholizismus. Das ist die beste Quelle, die es gibt. Du kannst keine bessere Quelle kriegen. Morals und Dogma, Seite 817. Zwei Lehren, eine für die Eingeweihten, eine nach draußen. Was der Katholizismus öffentlich so lehrt, für das Volk, ist nicht die Innenlehre des Systems. Also wer waren diese Templer? Wieder mal das Zitat, Morals und Dogma, Seite 820. Die Templer, sie wurden ja angeklagt, und gestern Abend haben wir über sie geredet. Und in diesem Zitat, es wird behauptet, sie haben, es wurde behauptet damals, dass sie Dämonen angebetet haben und so weiter. Und dann erklärt er, wie Jacques de Malloy endgültig zu Tode verurteilt werden. Und dann redet er hier weiter. Aber vor sie zurechtgestellt wurden, hat dieses Haupt, Jacques de Malloy, einen Orden organisiert, der nachher okkult, hermetische oder schottische Freimaurerei formte. Wow, aus dem Mund, der eigenen Reihen, der Führer, das kann gar nicht besser. Und dann, da ist ja noch viel, was dazugehört. Noch ein Zitat, aus der gleichen Quelle. Der 32. Grad, der Freimaurer, der heißt Sublime Prince of the Royal Secret. Die okkulte Wissenschaft der alten Magie war versteckt in den Schatten der alten mysterischen Religionen. Also die alten babylonischen und ägyptischen Religionen hatten versteckt in sich das alte okkulte Wissen der Magie. Dieses wurde so ein bisschen verbreitet und bloßgestellt, obwohl ein bisschen schief, durch die Gnostiker. Und dann weiter ein bisschen mehr deutlich durch die Templer. Und dann endgültig durch die Riten der höchsten Freimaurer. Ganz eindeutig. Also hier kann nicht dran gerüttelt werden, das ist Freimaurerei. Es ist doch Kult. Und es kommt aus dieser Quelle. Die hohen Freimaurer bekommen diese Bibel der Freimaurerei, Morals und Dogma. Und die meisten lesen es nicht. Es ist ein schwieriges Buch zu lesen. Ich habe es ganz durchgelesen. Und ich rate keinem, so einen Quatsch zu lesen. Aber es ist wichtig, um zu wissen, wenn man solche Vorträge gibt, was die eigenen sagen. Gestern habe ich ja euch geführt zu den Templern und den doppelkopflichen Adler gezeigt in den verschiedenen Kirchen. Und was die Rosenkreuzler betrifft, sehen wir hier, dass sie auch diesen Tempelritual von Salomos Tempel haben mit den zwei Säulen. Aber das sind Okkult. Dieser angebliche Salomos-Kult hat nichts mit Salomo zu tun, sondern mit Solom-On. Sol-Om-On. Das sind die drei sprachigen Zusammensetzungen des Sonnengottes. Der Name des Sonnengottes in den verschiedenen Sprachen vom Osten, vom Ägyptischen und so weiter. Und die Freimaurerei ist untermauert durch diese okkulte Lehre der Rosenkreuzler. Und die Rosenkreuzler haben ein System des Kabals, des Sifarots, so wie Gott sich offenbart. Also die ganze Religion führt zurück zu dem Kabbalah. Der heilige Kabbalah, hier steht Morals und Dogma, Seite 97. Der heilige Kabbalah oder die Tradition der Kinder von Zed wurden durch die Chaldea, durch Abraham übertragen und so weiter und so weiter. Also er sagt, das ist die alte Religion und natürlich nennt er auch die Apostel und so weiter, die angeblich im Geheimen zu diesem System gehörten. Er sagt auch hier, es gibt drei große Lichter in den Logen. Das erste ist die drei Sifarots, das kommt vom Kabbalah, das ist wie Gott sich offenbart. Und das ist, was der Kabbalah lehrt. Noch ein Zitat, jede Loge ist ein Tempel der Religion. Es wird also eine Religion da verbreitet. Und Freimaurerei ist eine Religion. Also wir sehen, es ist eine okkulte Religion, es hat einen okkulten Ursprung. Also können wir jetzt die Freimaurer selber fragen, damit wir nicht das sagen und einfach über die Freimaurer schimpfen, sondern sie sollen es selber sagen. Ist Freimaurerei eine christliche Organisation? Wenn es eine christliche Organisation wäre, dann könnte ja der Braham und der Moslem und so weiter nicht dazugehören. Es ist eine Illuminierung, das ist ein interessantes Wort, also nicht christlich. Freimaurerei ist nicht christlich und ist auch nicht ein Substitut dafür, eine Ersetzung dafür. Das sind alles Freimaurer Zitate. Hier, der Kabbalah ist der Ursprung der Freimaurerei und die Philosophie der Freimaurerei. Und da gibt es viele Zitate in Morals und Doktor, die immer wieder hinweisen auf den Kabbalah und auf die Geheimnisse der Symbole. So die Symbole, die gebraucht werden, führen zurück zum Kabbalah. Der wahre Freimaurer ist nicht in einem Credo gebunden. Er ist also nicht ein Methodist oder ein Christ oder ein Jude oder ein Dies oder ein Das. Er ist alles. Alle Religionen zusammen in einem Topf. Manly Palmer Hall. Ich kann nicht immer die Zitate lesen, sonst dauert das zu lange. Und wenn sie ein Freimaurer werden, dann haben sie diese fünf Punkte, so wie sie zusammenkommen. Fuß zu Fuß, Knie zu Kieh, Brust zu Brust, Hand zum Rücken und Mund ans Ohr. Es ist Geheimnis, es wird geflüstert. Und das ist das gleiche Ritual, was bei den Druden gebraucht wurde. Und in England natürlich die Druden und die Drudenorden sind diejenigen, die da das Maß führen. Und es ist auch das gleiche wie der alexandrische Ritus. Alexandria, wie ich gesagt habe, in Ägypten war ursprünglich der okkulte Sitz für die Eingeweihten. Jetzt, was haben denn diese Eingeweihten alle geglaubt? Das müssen wir ja noch auch ausfinden. Und immer wieder hören wir vom Kabbalah. Was von der King James Bibel, die meist auf dem Altar steht, in jeder Loge, in jeder christlichen Loge? Hier ist die Antwort, from the Digest of Masonic Law. Also Freimaurerei hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist nicht gegründet auf der Bibel, sonst wäre es nicht Freimaurerei. Es wäre etwas anders. Also diese Bibel ist nur da als Symbol in der Freimaurerei. Und viele glauben, es ist eine christliche Organisation, da ist ja eine Bibel, da wird sogar gelesen aus der Bibel. Toll. Aber es ist nicht da, wegen der Bibel, es ist da als Symbol. Also wer ist Gott dann? Oder Jesus Christus? Nein, nein. Die Menschheit, in total, ist der persönliche Gott. Mit anderen Worten, sie lehren Pantheismus. Pantheistus. Wir sind alle Gott. Jetzt hier ist ein tolles Zitat aus Morals und Dogma, Seite 11. Die Bibel ist ein wichtigster Teil der Freimaurerei-Loge. Nur weil es das heilige Buch der christlichen Religion ist. Die Hebräer, der Pentatürch in der hebräischen Loge, der Koran in der mohammedanischen Loge, die gehören zum Altar. Und eine von diesen und der Kompass und der Winkel, richtig verstanden, sind das große Licht, durch dem die Freimaurer gehen und arbeiten. Wow, das ist ja toll. Also, welches ist es jetzt? Ist es der Pentatürk? Ist es vielleicht die Bibel? Oder ist es vielleicht der Koran? Das ist doch eine gute Frage, ne? Jetzt der Koran, der behauptet, Jesus Christus sei nicht Gott. Im Gegenteil, es wird stark bekämpft als Gott. Jesus Christus ist nur eines der Propheten. Jesus Christus hat auch nicht eine marktliche Geburt gehabt. Kam nicht von einer Jungfrau. Jesus Christus ist nicht Gott. Das lehrt der Koran. Der Pentatürch in der hebräischen Loge, die glauben ja auch nicht an Jesus. Und der andere hier, die christliche Loge, die glaubt an Jesus Christus. Jetzt, welches von den drei ist das Wahre? Da muss man erst mal sich überlegen, was passiert in den Freimaurer Logen und wo wird der Schwur gegeben? Jetzt, wenn man in den Freimaurer Logen in den verschiedenen Graden hochsteigt, ist da immer ein Versprechen und ein Gelübnis. Und wenn man den 32. Grad erreicht, das ist der höchste Grad der Freimaurerei, dann gibt es noch einen Ehrengrad, den 33. Grad. Aber wenn man diesen 32. Grad erreicht hat, dann kann man einer Organisation beitreten, die heißen die Schreiners. Und das ist die Schau, die Elite der Freimaurerei, das sind die Superreichen, das sind die, die durch die Straßen von New York marschieren einmal im Jahr und Millionen despandieren und ausgeben an Hospitälern und für Kinder, die krüppelig sind und was weiß ich, sie spenden Philanthrope. Das sind die guten Menschen der Welt, die reichen und die führenden Persönlichkeiten in der Welt. Viele Politiker sind Schreiner Freimaurer, viele Politiker. Und so ein Schreiner, der muss, wenn er Schreiner wird, auf dem Koran schwören. Und er muss schwören, dass Allah sein Gott ist. Nur so nebenbei gesagt. Das ist ja interessant. Also Freimaurerei, das sind alles Zitate, lehrt, dass Erlösung ist unsere eigene Sache. Erlösung ist unsere Sache, wir brauchen keinen Erlöser. Jeder Freimaurer muss sich selber erlösen. Every man in essence is his own savior and redeemer. Jeder Mensch ist sein eigener Erlöser und Retter. Der Autor Pearson sagt, the Masonic legend stands by itself unsupported by history und dann erklärt er die Legende, wo sie einen Tod und eine Auferstehung haben in dem Freimaurer Ritus. Und er sagt, das ist eigentlich Osirus, der auch starb und auferstanden ist, Mithra, der persische Gott, Bacchus, der griechische, Dionysius und so weiter. Und bei Attis und Phrygians. Und er sagt mit anderen Worten, dass das die alte babylonische Religion ist. Und das sind natürlich Vorstellungen von Luzifer. Also ägyptische Symbole gibt es bei den Freimaurerei und dieser sogenannte Tod und Auferstehung hat zu tun. Nicht mit dem Tod Jesu Christi, sondern mit Osirus, der für uns litt und für uns auferstanden ist. Dann gibt es einige Symbole, so wie hier die Geschichte der Freimaurerei. Da sehen wir das Auge in dem Dreieck. Auch das Symbol natürlich der Jesuiten. Wie wir gesehen haben, sind sie die Gründer und haben auch die meisten Verfassungen geschrieben. Andere Symbole. Die Symbole haben zwei Bedeutungen. Das sind alles Freimaurer Zitate. Die Symbole haben zwei Bedeutungen. Die esoterische und die exoterische. Die esoterische Meinung, was das wahre und ist die wahre und ursprüngliche Meinung, wird nur verstanden durch ein Paar. Und wird eng behütet durch diese. Die exoterische Meinung wird sich erdacht und angepasst, so wie es notwendig ist. Und das kriegen die Massen. Also die meisten, die zur Freimaurer Loge gehören, haben eine exoterische Erklärung. Aber die esoterische Erklärung verstehen sie oft gar nicht. Er sagt auch da unten, dass die esoterische oft zu tun haben mit dem Sexualgottesdienst, so wie wir schon gestern Abend gesehen haben. Also Frage an die Freimaurer. Und das ist ein Zitat aus Morals und Dogma, Seite 819. Wie gesagt, ich habe das Buch mit einem Kamm gelesen. Da steht alles drin. Werden Freimaurer, die Mitglied werden an der Freimaurerei, absichtlich in die Irre geführt, ja oder nein? Was sagt Morals und Dogma? Er sagt, the blue degrees, das sind die blauen Grade, das sind die untersten, sind der Außenhof des Tempels. Teile der Symbole werden da, die neu eingeweiht werden sollen, gezeigt. But he is intentionally misled. Er wird absichtlich in die Irre geführt durch falsche Interpretationen. Es ist nicht da für ihn, um sie zu verstehen. Es ist nicht gemeint, dass er sie versteht, sondern es ist gemeint, dass er glaubt, dass er sie versteht. Das ist ein interessantes Zitat, ne? In Englisch sagen wir, out of the horse's mouth. Besser geht's gar nicht. So, es ist ein Geheimnis, es ist ein hermetisches Geheimnis, es ist Alchemie und es ist genau das, was die ursprünglichen Hexer gelehrt haben. Es ist eine okkulte Lehre. Hier ist noch ein Zitat für die Freimaurer, das habe ich hier übersetzt. Ein Freimaurer in der Loge, der sieht die verschiedenen Symbole und er kann sie sehen, aber er versteht nicht, was sie heißen. Nur die Eingeweihten wissen, worum es geht. Also alle diese Symbole, was heißen die eigentlich? Was ist denn das? Was ist denn dieser hier, der Kornukopia? Was soll denn das? Was ist dieses hier? Was sind der Winkel und das Maß? Worum geht's? Wofür steht das Schwert? Was heißt das Geh? Das sind Fragen, die wir uns fragen müssen. Weil im Sonnenkultus sehen wir, dass die Sonnengötter, das ist hier im Osten, im China, die Sonnengötter haben den Winkel und den Kompass und das Maß gebraucht. Und die Kirchen natürlich, wir können auch manchmal sehen, wenn sie repariert werden, wer die Aufträge bekommt. Ist ja interessant. Freimaurer Symbol, Freimaurer Symbol. Und alle diese Symbole, was heißen die? Was heißt die Taube? Was heißt dieses Tau? Und was heißt der Winkel? Und was heißt diese Sickel hier? Manchmal ist es als Sense aufgezeichnet. Und dann gibt es Hammer und Sondergleichen. Das Auge natürlich, der Schlüssel, immer sehr wichtig. Da ist der Hammer. Hammer und Sense. Ist das richtig? Wer hat das Symbol gebraucht? Die Kommunisten haben das gebraucht. Hier ist von den Grand Officers, die Juwelen. Und da sehen wir das X, das haben wir letztes Mal, gestern Abend schon gesehen. Das sagt Pike, ist das Symbol für den Gott Osiris oder Horus. Und da ist ein Kreuz, das verkehrt rum ist. Das haben wir gestern Abend auch schon gesehen. Es ist Sonnen-, Mond- und Sternanbetung. Und so haben wir viele Symbole hier versteckt in diesen sogenannten Tracingboards. Die untersten drei Grade, wo ein Freimaurer sich daran beteiligt. Das G da, wird ihm erzählt, steht für Gott, aber heißt eigentlich die generative Kraft. Das heißt, es ist ein Symbol für den Phallos. Es gibt Schlangen in diesen Symbolen. Und die Schlange, nach Freimaurerei, das ist Manly Palm Le Hall, sagt, es ist das Symbol des universalen Erlösers, der die Welt erlöst. Also die Schlange ist der Erlöser. Und ich dachte, die Bibel sagt das Gegenteil. Ja oder nein? Okay. Hier haben wir das Symbol vom Totenkopf, das ist der Tod. Und das Baby, das ist das Leben. Die Schlange mit dem Schwanz in dem Mund ist das Symbol für den Zyklus, der sich immer wieder erneuert, Reinkarnation, die Schlange gibt Leben, die Schlange nimmt Leben. Und Osiris, Onubis führt uns weiter in die neue Welt. Der doppelköpfliche Ader ist Janus. Er sieht nach vorne, nach hinten, der androgenische Gott, männlich, weiblich, alle diese Doppelbilder, die damit zu tun haben. Und natürlich all die alten Symbole für den Sonnenkultus werden auch hier gebraucht. Das ist das Symbol vom 32. Grad der Freimaurerei. Und es ist ein hermaphroditische Figur, sagt Morals und Dogma. Also die höchsten Freimaurer beten diese hermaphroditische, männlich-weibliche Figur an. Und da sind natürlich die Symbole von den Gottheiten, männlich, weiblich. Das ist Isis und Osiris. Im Katholizismus wäre es umgesetzt in der Jesusfigur und Maria. Ja, und der Drache, natürlich, der besiegt wird, ist nicht hier der Böse, sondern eigentlich der Gute, der zum Drachen gemacht wird. Das ist eine ganz andere Sache. Also wenn man Freimaurer wird und man steigt hier in den Logen bis zum höchsten Rang, dann wenn man den 32. erreicht, naja, dann ist man ein Eingeweihter. Die meisten vom 30. Grad hoch sind die innen Eingeweihten. Bis zum 30. Grad hoch wissen sie entweder etwas oder gar nichts. Es ist interessant, dass sie manchmal, bei jedem haben sie ein Ritual, sie schwören zum Beispiel, dass sie Apollyon dienen werden, der in der Bibel ja nicht gerade als der Beste dargestellt wird. Der Jugendkreis der Freimaurerei heißt Demolais. Das ist ja sonderlich. Demolais war der Führer, der Templer, der zu Tode verurteilt wurde, wegen Sodomie und allerhand luziferischen Lehren. Und der Jugendkreis wird Demolais genannt. Was für ein Beispiel, würdet ihr das tun? Nein. Interessant, dass Billy Graham gesagt hat, das ist die Elite der Jugend der Welt. Naja, interessant. Und die Meister werden anbetungswürdige Meister genannt. Ist das biblisch, ja oder nein? Ganz bestimmt nicht. Hier ist die Hauptquartier von der skottischen Rite. Da haben wir die Sphinxes mit den Schlangen. Das ist also ägyptisch. Die Freimaurer Zeichen. Und wir werden viele erkennen. Dieses Doppelkreuz, Symbol von Horus, haben wir in der britischen Flagge. Das hier hat nichts mit dem Judentum zu tun, sondern mehr mit dem Okkultismus. Das hier ist sehr wichtig. Und wenn wir das Symbol hier auf den Drogen sehen, dann hat das nichts mit Mitsubishi und Volkswagen zu tun, sondern eher mit okkulten Symbolen dieser Gottheiten. Und wenn der Papst das anbringt auf seinem Jugendchor, hat das auch nichts mit Volkswagen zu tun. Das ist ein okkultes Zeichen. So wie sie auch gebraucht wurden hier durch Alastair Crowley mit ihren verschiedenen Ansichten. Sorum männlich, Sorum weiblich, Sorum weiß, Sorum schwarz, Sorum illuminierter Lucifer, Sorum Satan. Androgenisch, beides. Also wir können Ihnen diesem System als Lucifer oder als Satan begegnen. Das Pentagramm, da ist ein Zitat, Dictionary of Mysticism, das sagt, ist für die Okkultisten das wichtigste Symbol, um die Geister hervorzurufen. Es ist ein mächtiges Symbol für die Mächte des Bösen oder Satans. Encyclopedia of Freemasonry, das ist ihr eigenes Encyclopädie, die sagen genau das gleiche, die fünf Punkte. Und das Pentagramm ist der Stern der Magie, sagen sie, worüber sie Macht bekommen über böse Geister. Also er kann in der guten Form, Sorum, auch der Adam Kadmon, der göttliche Mensch, denn wir, nach dieser Lehre, sind alle Gott oder Sorum akzeptiert werden. Darum lehren Freimaurer, er ist ein freimaurerisches Systat, es ist wichtiger, dass Menschen, es ist weit wichtiger, dass Menschen streben müssten, um Christus zu werden, eher als dass sie glauben, dass Jesus Christus war. Habt ihr das kapiert? Es ist wichtiger, dass wir Christus werden, dass wir danach streben, um Christus zu werden, als dass wir glauben, dass Christus der Messias war oder dass er Christus war. Der Katechismus der katholischen Kirche, das ist Catechism of the Catholic Church, New York, Image Books, Seite 1, 2, 9, lehrt das folgende. Denn der Sohn Gottes wurde Mensch, dass wir Gott werden könnten. Ja, sehr interessant. Marvel and rejoice, we have become Christ. Freut euch, wir sind Christus geworden. Das ist eine okkulte Lehre, das ist die Innenlehre der katholischen Kirche. Die wird nicht an die große Glocke gehängt, man muss sie echt suchen. Manly Palmer Hall, 33 Grad Freimaurer, sagt, der Mensch ist Gott im Werden. Wir verbessern uns also und werden Gott. George Steinmer, ein Freimaurer, schreibt, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich bin Gott. Alles in alles. Die Einheit des Selbst im Kosmos. Naja, wir sind Gott, das ist die Lehre. Wer hat denn diese Lehre gebracht, von Anfang an? Wer war es denn? Es war Luzifers Lehre im Garten Edens. Hier ist Buck, Mystic Masonry. Der perfekte Mensch ist Christus und Christus ist Gott. Das ist unser Geburtsrecht und das Ziel der menschlichen Seele. Wir sind Gott. Also diese Symbole haben mit dieser Gottheit zu tun und weil wir Leben hervorbringen, leben wir auch ewig und durch Reinkarnation und diese Frucht des Leibes wird vermehrt und vermehrt. Und darum sind wir Schöpfer und Götter. Das Dreieck mit einem Punkt nach unten ist die Gottheit, Deities Triangle oder Wasserdreieck. Mit dem Punkt nach oben ist es der irdische Dreieck. Und es symbolisiert den göttlichen Menschen. Also wenn eine Religion diese Dreiecke immer gebraucht, wissend oder unwissend, denn die meisten nehmen diese Symbole von der Zeitung runter oder vom Internet runter. Es ist ein schönes Symbol, zack, zack, da ist es da. Man kann nicht immer sagen, dass die alle okkult sind, man weiß es nicht. Aber diejenigen, die dahinter stecken, die wissen das. So, wenn der Punkt nach oben ist, in diesem Dreieck, dann steht es für Shiva, der Vernichter. Shiva, wenn wir die okkulten Schriften bestudieren, ist Satan. Satan. Und dann gibt es natürlich auch Osiris oder Horus, dann ist er Luzifer. Aber es ist dieselbe Gottheit, entweder in der weißen Form oder in der schwarzen Form. Also die amerikanischen Staaten hier haben alle diese Symbole. Und dieses Symbol hier, sehen wir, kommt natürlich von den Maltesern. Und hier ist der Ordenstern von dem Orden des Oststerns. Und dieser Orden ist ein Frauenorden der Freimaurerei. Und der Stern ist verkehrt rum. Steht also für das Weibliche, steht für das Satanische. Und hier haben wir Co-Masonry. Co-Masonry ist Freimaurerei für andere außer weiße Männer. Denn ursprünglich wurden nur weiße Protestanten zugelassen in diesem Orden. Denn die Jesuiten wollten die Freimaurerei gebrauchen, um die Protestanten sich zu unterstellen. Und Co-Masonry ist eben für schwarze Personen und auch für Frauen. Ja, also die Symbole, die wir in dieser Rite finden, sind von okkultem Ursprung. Hier ist der Hauptsitz für der Order of the Eastern Star, die weibliche Freimaurerei. Und das ist Prince Hall Freimaurerei. Da können wir ja auch sehen, wie es zusammengebaut ist, wie es zusammengestellt ist, was die Symbole sind, die skottische Rite. Das ist jetzt für schwarze Personen. In ihrer offiziellen Liste können wir solche schönen Namen lesen, wie Nelson Mandela zum Beispiel. Ja, und Knight Templar ist eins der, ist das höchste, die höchste Stufe vor der Spitze. Also haben wir natürlich wieder die Verbindung mit den Templern. Hier haben wir schwarze Freimaurer aus Florida, Rhode Island und so weiter. Und die Stufen, so wie sie veröffentlicht werden, sind die folgenden. Die Jesuiten, Humanismus, dann die Jugendorganisationen, so wie Pfadfinder, YMCA, Rotaria, Lions Club, Odd Fellows, Blue Mason, York Rite, Scottish Kommunismus, Benayberit, jüdisches Freimaurerei, Konzil 500, Konzil 33, Konzil 13. Und der Oberste, weil die Jesuiten es beherrschen, dann muss es der Papst sein, durch seine Arbeiter, wahrscheinlich der Führer der Jesuiten, das wäre jetzt Kolvenbach. Hier haben wir den Papst mit den Boy Scouts, mit den Pfadfindern. Die wissen natürlich nicht, dass das eine Freimaurerorganisation ist. Die wird nur gebraucht, um die neuen Freimaurer heranzuzeugen. Da sind sie vor dem Papst. Hier sind wichtige Persönlichkeiten in der weiblichen Freimaurerei. Helena Petrovna Blavatsky ist wahrscheinlich die wichtigste Urheberin von den okkulten Geschriften. Annie Basant und Alice A. Bailey werden ja heute großartig zitiert. Die haben die Organisation Lucifer Publishing Company gegründet, die nachher Lucifer, Lucis Trust genannt wurde. Das ist Helena Petrovna Blavatsky, so wie sie berühmt immer fotografiert wird. Und das ist Alice A. Bailey. Die haben Theosophie gegründet und darin wird gelehrt, dass wir Gott sind. Der Mensch ist unsterblich. Er ist der Schöpfer. Hier ist Brother Annie Basant. Denn wenn sie genau wie ein Pharao immer ein Mann sein musste, und Hatschepsot, die weibliche Pharaoin, ein Bart haben musste, weil sie ein Ehrenmann war als Pharao, so sind die Freimaurer Männer, ob sie Männer oder Frauen sind, ist egal, sie sind Männer. Also Annie Basant wird genannt, Brother Annie Basant, 33 Degrees. Interessant. Da war sie jung, da ist sie in vollem Freimaurer Ritus. Das sind die Bücher von Alice A. Bailey. Sie hat sehr viele geschrieben. Das sind total okkulte Bücher. Und die Gottheit, die sie verehren, ist Lucifer. Hier nehme ich euch mal in diese Freimaurer Loge hinein. Da sehen wir ein paar interessante Symbole. Da ist das Hakenkreuz verkehrt rum, ägyptische Symbole, des Gottes Ra. Wir sehen auch oft entweder eine Frau oder einen Mann als Mann- oder Frau-Figur mit dem Finger an dem Mund. Und dann steht da hier bei dieser ein Schild, dass man gen Osten die Gottheit suchen muss. Und was sagt die Bibel darüber? Nicht gen Osten. Wo kommt dieser Finger her? Und da ist der Gott Horus. Der wurde immer aufgezeichnet mit dem Finger zum Mund. Hier sind die Mützen der Freimaurer. Und der oberste bekommt diese Mütze. Und dieses Symbol auf dieser Mütze von diesem obersten Freimaurer, das sind meist 33 Grad Freimaurer, die steht für Baphomet. Das ist diese Satansfigur, die wir hier haben. Also das Symbol ist das Symbol Baphomets. Und Alistair Crowley hat das auch getragen. Und hier ist die Hauptloge in Washington, Mother Supreme Council. Da werden die Gesetze gemacht für die neue Welt. Und das Symbol an dieser Loge ist das Symbol Baphomets. Und diese Gottheit war natürlich androgenisch, männlich, weiblich. Und wir brauchen nicht alle diese Dinge weiter zu studieren. Es ist auch die ägyptische Dreieinheit, Isis, Horus, Sepp. Er war weiß und schwarz. In dieser Loge hier am Tagsüber erscheint er weiß. Wenn es dunkel wird, erscheint er schwarz. Das ist ein besonderes System, was sie da gebraucht haben, um das überhaupt zu produzieren. Da gibt es einen ägyptischen Raum, weil es natürlich die Osiris-Lehre ist. Und da sehen wir doppelköpfige Adler, Schlangen, Skarob-Käfer. Es gibt einen assyrischen Raum, weil diese Lehren kommen aus diesen okkulten Zeiten. Und diese Loge heißt Albert Pike Lodge No. 167. Also sie verehren den Albert Pike. Und da ist auch ein Bild von ihm mit seinem 33-gradigen Schild, mit den 33 Strahlen ringsherum. Und Albert Pike schreibt natürlich dieses gewaltige Werk Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, das heute die Bibel der Freimaurerei ist. Er behauptet in seinen Zitaten, dass der Mensch über sich selbst wacht, dass der Mensch ein Gott ist. Und das Enzyklopädie der Freimaurerei, das ich oft zitiere, kommt hier aus dieser Loge in Amerika. Auch ist die Freimaurerei verantwortlich für the New Age. Die ganze New Age Bewegung wird gesteuert durch Freimaurer. Und hinter der New Age stehen natürlich wer? Und wenn die Freimaurer es in der Front steuern, wer steuert es hinter den Kulissen? Die Jesuiten. Und das werden wir in den Vorträgen ganz deutlich noch sehen. Also der Mensch ist nur für sich selbst verantwortlich, steht in dieser Loge. Und hier haben wir auch diese Demolay-Gruppe, die Jugendlichen der Freimaurer. Die Rose ist ein Symbol Luzifers, sie wird gekreuzigt, die Rosenkreuzler. Die Katholiken beten ja auch das Rosenkreuz und das ist ein Mantra, eine Wiederholung von Gebeten. Und weil es das Rosenkreuz ist, unwissend ist es eigentlich Luzifer geweiht. Der mystische Tau, die Symbole Babylons, alle diese Dinge kann man finden. Der schwarze Weiße Adler auf dem mystischen Tau gekreuzigt. Da ist die berühmte Kornokopia. Diese Kornokopia wurde das Symbol von vielen politischen Parteien. Zum Beispiel die nationale Partei in Südafrika, die verantwortlich war für Apartheid, hat er die Kornokopia als ihr Symbol, Freimaurer-Symbol. Und was sagen die Freimaurer über dieses Kornokopia? Ja, es ist the horn of plenty. Es ist doppelgeschlechtlich. Die Außenseite ist männlich, die Innenseite ist weiblich und die Frucht ist die Frucht des Leibes. Es ist Sexualritus, das ist Sexanbetung. Also hier steht Horus mit dem Finger am Mund und die verschiedenen Gottheiten und die sind natürlich Symbole für Lucifer und der wichtigste unter den Freimaurern ist natürlich Horus oder Harpokrates. Hier sitzt er auf dem Hexagon. Diese Gottheiten waren entweder im Viereck oder im Hexagon, also wenn man zwei Dreiecke aufeinandersetzt, so wie im Judenstern, dann haben wir den Hexagon, wenn wir zwei Vierecke auf einer bestimmten Art und Weise zusammenstecken, dann haben wir einen anderen Stern und der wird natürlich gebraucht durch Islam. Hier ist Harpokrates und in der Hand hat er natürlich die Kornokopia. Es ist ein Sexualritus. Hier ist noch eine Loge. Da haben wir wieder das System, das ist männlich und das untere, der Winkel ist weiblich, die Sonne ist ringsherum. Oben gibt es überall Ying-Yang und Doppelkreuze. Das ist der blaue Raum mit den drei Kerzen. Das sind nur drei Kerzen in einer Loge. Der Norden ist immer im Düsteren. In der Bibel ist der Thron Gottes im Norden und das ist die Dunkelheit. Das ist das Böse. Es gibt einen roten Raum und natürlich die beiden Säulen haben obendrauf den Zodiak. Und dann, Astrologie ist eine Wissenschaft, die den Respekt der Gelehrten fordert. Es ist eine okkulte Wissenschaft und diese Wissenschaft ist eine göttliche Kunst. Freimaurer-Enzyklopädie der Freimaurerei. Was sagt die Bibel über die Astrologie? Was sagt die Bibel darüber? Dass wir sie meiden sollen, dass sie von dem Bösen ist. Hier wird sie hochgehoben als etwas Gutes. Also die Loge ist die Welt und die Sonne und der Mond und die Sterne und so weiter sind Symbole dieser Gottheit. Und es ist Phallus-Anbetung, Enzyklopädie der Freimaurerei. Phallus-Anbetung. Hier ist der rote Raum und hier ist eine Zeremonie, wo dieser Freimaurer eingeweiht wird. Das sind immer nur drei Kerzen. Hier ist ein anderes Bild, männlich mit dem Finger zum Mund. Das sind Freimaurer-Symbole. Hier ist noch eine Einweihungsseremonie der Freimaurer und wenn die Parlamentler zusammenkommen, das ist ein Freimaurer-Ritus, der da ausgeübt wird. Verschiedene Handsymbole sind natürlich wichtig bei den Freimaurereien, aber ich gehe nicht über Handsymbole und dergleichen reden. Wir lassen die Zitate bei dieser Serie reden. Eliphas Levi fragen wir jetzt die Freimaurerei direkt. Wer ist der Gott der Freimaurerei? Freimaurerei. Was ist mehr lächerlich, um zu sagen, dass Lucifer der Teufel ist. Lucifer ist doch nicht der Teufel. Unser intellektueller Lucifer ist der Geist der Intelligenz und Liebe. Er ist der Parakletos, der Advokat. Aha! Freimaurer selber sagen, Lucifer ist der Advokat, der Erlöser. der wahre Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Böse. Er ist Satan. Also wir drehen die Kante, das Ganze von Egelium rum. So die Gäuern, die Uneingeweihten, so wie wir hier sitzen. Wir müssen Jesus Christus Lehre haben, denn die ist ja bekannt und steht in der Bibel und wenn wir das alles umändern, naja, dann regen sich die Leute auf. Aber die Eingeweihten, die hören die wahre Lehre. Lucifer ist Gott, Jesus Christus ist Satan. Spuck auf ihn, zerquetsch ihn, er ist nichts. Lucifer hat ihn ja besiegt, hat ihn ans Kreuz genagelt, hat ihn durch die Unterwelt geschleppt und ihn ausgespuckt und er ist nach Hause gerannt zu seinem Vater. Das ist die Lehre der Freimaurerei und es ist eine ganz grauenhafte Lehre und ich habe es gesucht in all ihren eigenen Geschriften und überall findet man die gleiche Lehre. Wir haben nicht Zeit, um es alles zu sagen, aber hier sagt Secret Doctrine Elena Petrovna Blavatsky und sie schreibt es über und über und über neu und neu und neu. Lucifer stellt Leben vor, Gedanken Fortschritt, Zivilisation, Freiheit, Unabhängigkeit. Lucifer ist der Logos, die Schlange der Erlöser. Ganz eindeutig. Es ist Satan, der der Gott unseres Planeten und der einzigste Gott ist. Man kann ihn anbeten als Satan und man kann ihn anbeten als Lucifer. Beide sind eigentlich diese gute Gottheit, aber dann gibt es einen anderen Satan, der böse ist und das ist Jesus Christus. Albert Pike selber sagt, Lucifer ist der Lichtträger, zweifle nicht dran. Er ist der Luftträger. Morals und Dogma, Seite 3, 2, 1. Glaubt mir, es steht da. Noch eins. Der Teufel ist die Persönlichung vom Atheismus und Götzendienst. Und somit gibt es einen anderen Teufel, den sie nicht gut sprechen. Die Bibel sagt, Satan wird sich verstellen als ein Engel des Lichts und das ist genau, was er tut. In diesem Zitat sagt Albert Pike, dass alle Freimaurer vom 30. Grad bis zum 33. Grad es hören dürfen, dass Lucifer Gott ist. Lucifer ist ihr Gott. Unglücklicherweise sagt er, ist Adonai auch Gott. Ja, Lucifer ist Gott, aber unglücklicherweise ist Adonai auch Gott. Oh, das ist jetzt interessant. Und vom 30. Grad höher werden sie eingeweiht, dass Lucifer Gott ist. Noch ein Zitat. Jetzt fragen wir mal, was glauben sie von Yahweh, vom Jehova, der Gott der Bibel. Albert Pike, Morals and Dogma, Seite 102. Der wahre Name Satans im Kabbalismus ist Yahweh. Habt ihr das kapiert? Der wahre Name Satans im Kabbalismus ist Yahweh umgekehrt. Für Satan ist nicht ein schwarzer Gott, aber ist das Negative von Gott. Für den Eingeweihten ist dies nicht eine Person, aber eine Kraft. Um Gott zu verstehen, sagt der Kabbalah, muss man ihn verstehen als ein okkultes Licht. hier ist ein Magier, Arthur Edward White, das war ein Hexer, 33 Grad Freimaurer, er schreibt hier an seinen Kaiser, Lucifer, Meister und Prinz der Rebellion und Geister und er fragt ihn, um ihn zu übernehmen und mit ihm zu kommunikieren. Manly Palmer schreibt auch, wenn ein Freimaurer lernt, dass er die Schlüssel hat, um das Dynamo der Lebenskraft zu gebrauchen, hat er die freimaurische Kunst gelernt. Die Seathing, feuerische Energie, Energie, Luzifers ist in seinen Händen und er strebt aufwärts nach oben. Also, Luzifer ist diese Gottheit. Noch ein Zitat, Blavatsky, der Teufel wird jetzt genannt, Dunkelheit durch die Kirche und die Bibel wird er, aber in der Bibel wird er genannt, Sohn Gottes, der helle Stern, der frühe Morgenstern, Luzifer und dann zitiert sie Jesaja und dann sagt sie, da ist eine dogmatische Lehre, für den Okkultisten ist Luzifer Gott und der andere, der sogenannte Gute, ist eigentlich der Böse. Blavatsky sagt, esoterisch gesehen ist Jehova die Schlange oder der Drache, die Eva versucht hat und der Drache ist im alten Glyphos das astrale Licht, welches Weisheit which is the wisdom of chaos, die Weisheit des Chaoses ist. Also, die biblische Lehre wird auf den Kopf gedreht. Esoterisch ist Jehova eigentlich Satan und die Schlange ist das blendende Licht der Illuminierten. Ist das nicht schrecklich? Werdet ihr nicht meinen, das ist so gottslästerlich, dass man es kaum fassen kann? Outside the circle about Jehova, he is identified by all the Gnostics with evil. Jehova ist der Böse, er ist nicht der Gute, er ist der Sohn der Dunkelheit. Wow! Sacred Doctrine Seite 4, 1, 5, die große Schlange im Garten Eden und der Lord God, der Herr Gott sind identisch und so ist Jehova und Kain eins und er ist der Mörder und der Lügner. Also, ich denke, die Freimaurer haben nicht viel am Hut mit dem Gott der Bibel. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner, er ist die alte Schlange, er hat alle verführt, er ist wie Kain, er ist nichts. Lucifer ist alles. Noch ein Zitat, Jehova, secret doctrine, Jehova not to the serpent which spoke any words of sympathy and wisdom. Die Schlange hat nur Worte der Sympathie und der Weisheit gehört. Jehova war der schlechte Gott. Darum Jehova, der durch die Gnostics der Schöpfer alles genannt wird, ist die Schlange Satan oder das Böse. Wow. Interessant. Also, binnen im Okkultismus kann man diesen Lucifer als schwarz und hell anbeten, aber da ist noch eine Lehre, dass es einen wirklichen Bösen gibt und das ist der Gott der Bibel. Sie hassen den Gott der Bibel. Er ist ein Fluch, er ist ein Monster, er ist ein Frankenstein. Schlimmer kann man es ja gar nicht sagen. Naja, ich brauche sie nicht alles lesen, diese Zitate, sie sind da, wenn jemand sie lesen will, auf dem Video. Esoterisch können wir also sagen, dass der Gott der Bibel ist der Böse. Und was sagen sie von Michael? Michael ist Jehova und er ist eines der minderwertigen Geister. Interessant. Genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Gottheit des Alten Testaments ist Bosheit. Morals und Dogma Seite 6, 8, 7. Kein Freimaurer hat eine Entschuldigung. Wenn sie dieses Werk, was so kompliziert ist, um zu lesen, dass kein Mensch es lesen will, wirklich lesen würden, würden sie wissen, worum Freimaurerei geht. Aber sie lesen es nicht. Also esoterisch gesehen, esoterisch gesehen, ist die ganze Bibellehre auf dem Kopf. Und ihre Luzifer Lehre lasse ich mal da, dass Menschen es sich betrachten können. Wir brauchen ja Zitat hier vorlesen. Es ist eine ganz schreckliche Lehre. Und in diesem Okkultismus werden die dunkelsten Dinge getrieben. Also wer darf dann wissen, worum es geht bei der Freimaurerei? Wer darf die Wahrheit wissen? Es wird geschrieben hier, Pike schreibt an den Haupt der Orden der Illuminaten Manzini, wir Unbekannt ist für die Welt und wir werden nur die vom 30. und höheren Grad werden wir selektieren und diese Brüder müssen alles streng geheim halten und die werden endgültig die Welt steuern und die Welt regieren. Also die regierenden Mächte müssen 30 und höhere Grad Freimaurer sein. Das frage ich euch, wenn man weiß, dass sie 33 oder 30 oder 32 Grad Freimaurer sind, wissen sie dann, dass sie Lucifer anbeten, ja oder nein? Ja. Jetzt müsst ihr verstehen, dass sie ihn Herr nennen, genau wie wir, dass sie sprechen von einer Wiedergeburt, denn in der Freimaurerei stirbt man und man hat eine Wiedergeburt. Sie singen genau die gleichen Lieder, die wir singen, genau die gleichen Lieder, die wir singen, aber sie singen sie zu einem anderen Herrn. Jetzt sage ich nicht, dass wir nicht die Lieder singen dürfen, weil sie sie auch singen, denn wir singen sie ja zu unserem Herrn. Wir singen sie zu dem Herrn der Bibel, der der Schöpfer Himmel und Erde ist. Wir singen sie zu dem Gott, der den Sabbat gegründet hat, der Menschen geschaffen hat und der uns erlöst hat. Ist es nicht so? Wir singen zu dem Gott, aber die singen genau die gleichen Lieder. Das ist erschreckend. Und dann sagt Pike auch, was die Geschichte der Zukunft sein soll, wie dieses Reich herbeigebracht wird, welche Kriege geführt werden und wie das Christentum vernichtet werden soll. Aber darüber in einem anderen Vortrag es soll geschehen durch Ordnung aus dem Chaos zu schaffen und das ist die Löse der Freimaurerei. Es steht auf ihren Dokumenten da ist es Ordnung aus Chaos. Hier ist die Hauptloge in England und die ist in London und wenn wir die betrachten man kann da reingehen in den einigen Teilen das ist als Museum besicht kann man sich ansehen wiederum der Norden ist immer ein Platz der Dunkelheit weil der Gott des Nordens ist der Gott der Bibel die Zeichen die wir da sehen sind die gleichen wie wir in der katholischen Kirche gesehen haben das alles sehende Auge und was sagt der Enzyklopädie der Freimaurerei die sollen uns selber sagen was das heißt sie sagen es stellt Osiris dar es ist Osiris hat nichts mit dem Auge unseres Gottes zu tun die Freimaurer selber sagen es ist Osiris und wenn die Freimaurer es auf der Dollarnote angebracht haben dann für wen steht es für Jesus oder für Luzifer frage ich euch steht doch für Luzifer für niemand anders und alle die Symbole sind Sexual Symbole dann ein Ding worüber die Freimaurer noch sehr sehr stolz sind sind dass sie was bauen hier wo stehen sie denn drauf auf dem Turm zu Babel und sie sind stolz drauf dass sie ein neues Babylon bauen und sie behaupten diesmal werden wir siegen diesmal werden wir nicht wieder dieses Babylon vernichten lassen also sie haben eine sehr starke Verbindung zu Babylon und das werden wir auch in den nächsten Vorträgen sehen was sagen sie hier kommen wir fragen sie das sind Zitate von Wade und anderen hohen Freimaurern er sagt was die Freimaurerei betrifft Babel ist ein masonisches Werk also von Anfang an die okkulten Innengruppe war verantwortlich damals für Babylon und das aufbauen von Babylon ist ein Freimaurer Werk natürlich hinter ihnen stehen die wer Jesuiten wie wir gestern Abend gesehen haben und sie wollen Babylon wieder okkult Lucifer unterstellen es ist gut bekannt schreiben diese Freimaurer dass der Turmbau zu Babel war eine alte Tradition der Freimaurerei also man kann alles finden alles ist da und die Urheber der Freimaurerei sagen sie war Kusch und in dem York Rhythmus war der Turmbau zu Babel ein wichtiges Werk und Nimrod war ein Freimaurer das heißt er war ein Eingeweihter in der okkulten Wissenschaft was sagt die Bibel über Nimrod er war ein Gegner Gott ein Krieger gegen Gott dann glauben sie auch hier so wie Blavetsky sagt Hermes der Gott der Weisheit wird auch genannt Tod Tat Set Set und Satan also wenn sie sagen sie beten Set an was die Freimaurer sagen dann wissen sie genau wen sie anbeten den ägyptischen Satan denn der war Set und dann gibt es noch den Innensatan den sie versatanisieren und das ist Jesus Christus und noch ein Zitat über dieses Ereignis der Sprachen die alte Praxis der Freimaurer um zu reden ohne Sprachen zu gebrauchen weil Gott so bosartig war die Sprachen zu verwirren haben sie eine geheime Sprache in den Symbolen ausgearbeitet so steht es im Encyclopedia hier in England natürlich die Truden von England sind eingeweihte in den Geheimnissen Isses steht geschrieben hier in ihren eigenen Geschriften jetzt wenn man sich das so überlegt und man überlegt dass die führenden Persönlichkeiten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel zu dem Drudenorden der Freimaurerei gehörten naja Winston Churchill war ein hoher Druden Freimaurer 33 Grad sehr interessant was da vor sich geht bei dem Tempel haben wir gleich den Stern und wenn wir da oben hinschauen bei diesem Tempel sehen wir dieses Symbol da wenn wir das ein bisschen näher bringen dann sieht man genau die Freimaurer schämen sich nicht der Welt zu zeigen wen sie dienen sie sind ein Kultus der die Bibel ersetzt der aus Yahweh den Teufel macht und aus Lucifer ihren Gott sie lehren dass dieser Gott Lucifer der Sieger ist der hat schon einmal gesiegt und er wird wieder siegen und darum stören sie sich überhaupt nicht an die Christen sie hassen die Christen und sie hassen die Bibel die Freimaurer haben einen Hass gegen Jesus Christus wie ihr es euch nicht vorstellen könnt und dieser Hass äußert sich in allem was sie tun sie sind gezielt um Jesus Christus aus der modernen Welt zu entfernen wenigstens wenn sie es nicht tun können auf der Art wie wir es denken wie sie es tun würden machen sie es so dass dieser Christus den wir anbeten sollen nicht mehr der richtige ist und eigentlich ein anderer angebetet werden soll und das tun sie durch viele Glaubens Gemeinschaften in den nächsten Vorträgen werden wir zum Beispiel einige große Prediger sehen und wir werden sehen was sie eigentlich lehren wo sie dazugehören und wie sie aus ihrem eigenen Mund sagen wen sie verehren wow das ist erschreckend also wir sehen hier eine Bundeslade und dann sehen wir Engel die an beiden Seiten stehen oder sind das Engel was für Füße haben sie denn sie haben Bockfüße also was sind sie sind Dämonen es ist kein Engel es ist ein luziferisches System die Bibel sagt im Epheser 5 Vers 8 bis 14 ihr wart einmal in der Finsternis aber jetzt seid ihr im Lichte des Herrn ja wir sollen leben als Kinder des Lichts denn es ist schamvoll ich weiß nicht was die genaue Übersetzung ist um selbst zu nennen was diese Bosartigen im Geheimnis tun aber alles was am Lichte bloß gestellt wird ist für alle sichtbar was ich liebe ein Jesus Christus ist dass er mich nie angelogen hat in der Bibel steht genau wer er ist was er tut was er vorhat in der Bibel wird beschrieben wie sie ihn gehasst haben wie sie ihn getötet haben und dass sie auch die Nachfolger Christi hassen werden und dass sie töten wollen heute glauben wir das Christentum hat ja gesiegt wir sind alle ruhig die Welt ist ja meist christlich die Christen haben die meiste Macht in der Hand das hat sich alles geändert es hat sich nichts geändert im Gegenteil es ist gefährlicher geworden weil es ein Geheimnis wurde Jesus Christus sagt ich habe nichts im Geheimen getan ist das nicht toll Jesus sagt ich habe nichts im Geheimnis getan und als der hohe Priester Jesus Christus verhaftete verhaften ließ dann haben sie ihm gesagt was lehrst du denn Jesus sagt ich habe nichts Geheimnis getan fragt die fragt die und so sollen wir auch sein wir müssen bereit sein um unsere Lehren ganz offen zu verkündigen ich habe hoffentlich kein Geheimnis das was ich glaube das sage ich öffentlich keiner braucht stöbern bei mir was ich sage oder was ich glaube die brauchen nur zu den Vorträgen können da können sie alles hören alles ist offen und Jesus Christus ist ein Gott seines Wortes er sagt er wird uns behüten er wird uns beschützen und ich glaube Jesus Christus kann es nicht nur sondern er tut es ich gehe in der ganzen Welt und gebe Vorträge über die schlimmsten Dinge und es passieren oft fantastische Dinge rings rum aber ich glaube solange es notwendig ist wird Gott mich behüten und schützen ich glaube es ganz hundertprozentig fest ich habe so viele Erfahrungen gemacht mit Gott dass ich ihm absolut hundert Prozent vertraue und ich brauche mich nicht fürchten denn der Glaube treibt was raus was sagt die Bibel die Furcht die Furcht geht weg denn Jesus sagt verkündige mein Königreich dieses Königreich über das wir reden werden in den nächsten Tagen ist nicht das Reich Gottes denn Jesus sagt mein Reich ist nicht von dieser Welt sagt er das nicht ja und eines Tages wird er sein Reich aufbauen auf dieser Erde aber erst kommt das Reich Satans und Christus wird uns erlösen wir brauchen keine Angst zu haben jetzt morgen Abend bringt eure Bibel mit dann werden wir mal ein bisschen schauen hinter den Kulissen wie raffiniert er arbeitet und naja es ist immer noch möglich die volle Wahrheit zu wissen denn Jesus sorgt dafür dass sein Wort nie verloren geht bis zum Ende der Zeit bis he bis bis wir bis jetzt bis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Matthäus 4, Vers 4 Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jedem Wort. Jedes Wort, das Gott uns gegeben hat, ist wichtig. Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht also sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Jesaja 8, Vers 20 Offenbarung 22, 18-19 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches, und hier geht es um die ganze Bibel, hört, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buche geschrieben ist. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt, von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinem Anteil am Baum des Lebens, und an der heiligen Stadt, von denen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Man kann nicht mit dem Wort Gottes spielen, das Wort Gottes ist wichtig. Was ist der Bibelstammbaum? Heute gibt es viele Bibeln, es gibt viele Übersetzungen in den Bibeln. Es gab einen Originaltext, irgendwann mal. Dieser Originaltext ist verloren, er besteht nicht mehr. Er war wahrscheinlich auf Bergamom geschrieben, und Papyrusrollen, und auf Leder, und dergleichen. Und der ist zerwesen, mit der Zeit wurde viel gebraucht, übersetzt, neu geschrieben, und so weiter. Den gibt es nicht mehr. Dann gibt es alte Manuskripten, die gefunden wurden, auf die man die modernen Übersetzungen und auch die alten basiert. Also es gibt eine Gruppe, das ist die alexandrische Gruppe, und wir haben gestern gesehen, dass die Freimaurerei behauptet, dass die alexandrische Gruppe ist ihre Wahl. Das ist ihre Wahl. Von dieser Gruppe her, das ursprüngliche ist auch verloren, das ist also eine Kopie, von einer Kopie, die gefunden wird. Das sind alte Manuskripte, aber Kopien von einem Original. Und da sind verschiedene, Papyrus 75, 76, Kodex B und Kodex Aleph sind wohl die wichtigsten hier. Und da, von dieser Gruppe her stammen, the revised version in English, the American standard version in English, the revised standard version und die neue englische Bibel, the new English Bible, stammt aus diesem Stall. Dann gibt es einen Ahnen von der westlichen Familie, der ist auch verloren, den gibt es also im Ursprünglichen nicht. Aus dem haben wir die alten lateinischen Versionen, die Vulgata, Codex D, Codex D2, Codex E2. Und dann aus diesem Stall ist entstanden die Dewey-Version und dann mit vielen Änderungen daraus nachher Bibeln, so wie die gute Nachricht zum Beispiel. Und dann gibt es eine Gruppe, wo das Original auch verloren ist. Und aus dem kommt der Traditionstext. Da haben wir die gotische Version aus dem 4. Jahrhundert, die Peshitta-Siriak-Version aus dem 2. Jahrhundert, Codex W, Codex A und dann eine Riesenmasse von Übersetzungen und Aufzeichnungen aus dieser Gruppe. Und aus dieser Gruppe ist zum Beispiel die King James Version entstanden, aber nicht nur die King James, sondern alle Bibeln, hört gut zu, alle Bibeln, außer die Vatikanus und die lateinische Bibel, die aus diesem Stall kommt, alle Bibeln, die bis zu 1900 in der Welt da waren. Und erst seit 1900 ist dieser Stall hier entstanden. Also die ursprünglichen Geschriften kommen alle aus diesem. Jetzt hier sind einige gefunden worden, Codex Aleph zum Beispiel, erst in 1844. Und es ist ein sehr altes Manuskript. Also wird behauptet, alt heißt gut. Aber alt heißt nicht notwendigerweise gut. Altes Manuskript, ja. Älter als einige von denen, die aus diesem Stall kommen. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, in diesem Stall gibt es nicht nur Manuskripte, sondern in diesem Stall gibt es auch Briefe von den Vätern, von den alten Vätern, die Briefe geschrieben haben, so wie wir Briefe schreiben. Ich schreibe auch meiner Frau manchmal einen Brief und dann zitiere ich einen Bibeltext, der ihr, naja, Freude bereiten soll. Und aus diesen Briefen können wir herauslesen, welche Manuskripte sie gebraucht haben. Denn viele von den Texten, die in den Briefen zitiert werden, von den ältesten Schriften, die wir haben, die Briefe, die wir haben, die kommen nur aus diesem Stall, außer in Alexandria kommen sie aus diesem Stall. Interessant. Also in Alexandria kommen sie aus diesem Stall und die anderen Briefe kommen alle aus diesem Stall. Da werden nämlich Texte zitiert, die aus diesem Stall gar nicht hervorkommen. David Autos Fuller sagt, es gibt eigentlich, wenn wir es genauer betrachten, nur zwei Ströme, nicht die drei. Denn der an der linken Seite, der alexandrische und der an der rechten Seite, aus der die Vulgata stammen, kommen eigentlich aus demselben Urstall. Also es gibt nur zwei. Und der erste, der ist der Receive-Text, der Textus Recepticus, aus denen alle Bibeln, die in Gebrauch waren, bis zu 1900, außer der Vulgata, entstanden sind. Im hebräischen und im griechischen Text. Ganz gute Manuskripten, wovon die allerursprünglichen nicht mehr gegenwärtig sind. Jetzt, wie weiß man, ob die Übersetzungen, die wir haben, getreu sind an dem Urtext, so wie er war. Wie gesagt, wir können die Briefe zitieren von all den Vätern, die die Bibeltexte zitiert haben. Und die stimmen überein mit dem, was wir heute haben. Es geht also nicht hier um ein Manuskript beim Recepticus-Text, es geht um tausende Manuskripte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Franchise anfange, so wie Kentucky Fried Hühner oder was auch immer, und ich habe ein Rezept. Und dieses Rezept schicke ich in die ganze Welt, in jedes Land, denn da sollen jetzt Restaurants aufgemacht werden. Und dieses Rezept wird übersetzt in alle sämtlichen Sprachen, in Aramäisch und in Deutsch und in Englisch und in Französisch und alle Sprachen der Welt. Und jetzt ein paar Jahre später kommt einer und macht ein Gegenrezept. Und sagt, hier habe ich jetzt ein Gegenrezept. Und er schmuggelt das so in die Welt hinein und sagt, das ist das Richtige, das ist das Ursprüngliche, das Alte ist Verwesen, ist so oft kopiert, ist weg. Jetzt haben wir nicht die Ursprünglichen mehr, jetzt haben wir einen Neuen hier, der angeblich die anderen ersetzen soll. Wie weiß ich jetzt, ist der jetzt der Richtige oder ist der andere der Richtige? Weil ich habe hunderte Übersetzungen von dem einen und einige Übersetzungen nur von diesem. Also jetzt kann ich doch fragen, jetzt holen wir mal den deutschen Text und den französischen und den aramäischen und den russischen und dann vergleichen wir mal. Der russische stimmt überein mit diesem und der französische und der dieser und der, der, der und der. Und all diese stimmen nicht überein mit dem Neuen. Also dann kann ich doch sagen, aha, dann ist dieser, der übereinstimmt mit der großen Masse, der Ursprüngliche. So ist es auch mit der Bibel. Also es gibt also diese zwei Strömungen. Die serische Bibel von Antiochus, von Antioch wenigstens, nicht Antioch, die hat von der gallischen Kirche, zeltischen Kirche, die britischen, die Valdenser, die haben diese Bibel gebraucht. Und das ist auch die Bibel, die in den Urtexten, den ältesten Texten vom ersten, zweiten Jahrhundert, die es gibt, die zitiert wurde durch die ursprünglichen Väter der christlichen Welt. Diese Manuskripte haben das für sich, dass sie übereinstimmen mit fast sämtlichen Übertragungen, Übersetzungen, die es so in der Welt gibt. Und der zweite Strom, von dem wir jetzt reden, wo die Vatikanische Bibel und die modernen Übersetzungen herkommen, haben sehr, sehr wenige Manuskripte. Im Griechischen ist es das Vatikanische Manuskript oder Kodex B, das wurde in der Bibliothek, im Vatikan wurde sie gefunden, zufälligerweise genau rechtzeitig für die Reformation. Die Reformation gebrauchte nämlich eine Bibel, die bis zu diesem 15. und 14. Jahrhundert bestand. Und jetzt plötzlich fanden sie diese im Vatikan und sagten, naja, das ist eine Gegenbibel und aus der entstand dann die Jesuitenbibel gegen die Reformation. Vorher gab es nur die ursprüngliche Receptus-Text, bis dass diese gefunden wurde. Dann, in der Zwischenzeit, dazugekommen ist die Sinatik-Text oder Kodex Alpha. Die wurde in Aleph, die wurde in 1844, ein toll interessantes Datum gefunden, in Sinai, in einer Mülltonne. Im Lateinischen, die Vulgata, die lateinische Bibel, die durch Rom übersetzt wurde. Und im Englischen, die Jesuitenbibel von 1582, aus der ist die Due entstanden und dann wieder einige der ganz modernen Bibeln, so wie die Gute Nachricht zum Beispiel, kommt aus diesem Stall. Und dann haben wir den anderen Stall und aus dem haben wir nicht nur die King James. Das ist nicht ein Kampf zwischen King James und anderen Übersetzungen. Aus denen kommen alle, jetzt hört mal gut zu, alle Übersetzungen in allen Sprachen vor 1900. Es ist also nicht ein Argument zwischen King James und modernen oder zwischen Elberfelder und Alt-Luther. Es ist ein Argument über alle Sprachen gegenüber den neuen Übersetzungen. Kurt Alant, der Mit-Editor war, Herausgeber und einer der Top-Gelehrten in diesem Gebiet, der sagt, dass P75 und Kodex B sind eine Revision eines lokalen Textes aus Ägypten. Aha, hier haben wir wieder dieses alexandrische Bild. Also die Bibel im Vatikan ist eine Variation von dem alexandrischen Text. Und wir müssen verstehen, dass es hier nicht geht um neue Übersetzungen aus einem alten Manuskript alleine. Menschen denken, dass alte Manuskripte sind mehr vertrauenswürdig. Also wird unten in euren Bibeln stehen, dieses kommt aus dem altesten Manuskripten und dann ist der Gedanke gleich im Kopf, aha, dieses alte Manuskript muss, weil es alt sein, alt ist, richtig sein. Ist es nicht so? Aber dieses alte Manuskript kann vielleicht aus Alexandrian kommen, wo die Okkultisten gewohnt haben und dann ist es nicht so vertrauenswürdig, als was man sagen würde. Jetzt, wo kommen einige von diesen Texten her? Sie kommen von Origen. Origen war ein Kritiker des Urtextes, der Urtexte und ich habe den Namen Origen zum Beispiel gefunden in Albert Pikes Schriften, dem Freimaurer, wo er Origen nennt als einen der Eingeweihten. Er war ein Okkultist und er hat verschiedene Stellen in den alten Manuskripten geändert. Und zwar hat er sie geändert, um seine These zu bestätigen und überall in den alten ersten Bibelmanuskripten hat dieser alte Gelehrte von der damaligen Zeit die Schriften geändert, sodass Jesus Christus nicht mehr Gott ist, sondern dass er gleichgestellt wird an alle anderen und dass er nicht der Alleinerlöser der Welt mehr sein kann. Das war Origons Lehre, er war ein Okkultist. Er war also nach Albert Pike einer von ihnen, dann war er ein Luziferier, ein Eingeweihter. Und der Rest in der Bibel soll allegorisch gesehen werden und nicht so wie es ist. Chronologisch, was die Bibeln betrifft, von der Geburt Christi bis ungefähr 400 nach Christi hatten wir auch gnostische Evangelien und andere Geschriften. Und über diese schreibt Paulus, wir sind nicht wie viele, die das Wort Gottes verkehrt schreiben, neu überschreiben. Wir sind nicht wie viele. Die Gnostiker glauben natürlich auch, dass sie Gott sind. Das ist mystisch, Gnosticismus, kommt von Eliphaz Levi, nach seinen Geschriften kommt das von Simon Magus. Und das ist babylonische, okkulte Lehre, vermischt mit dem Christentum, eine Außenlehre und eine Innenlehre. Das ist luziferisch. Und diese gnostischen Geschriften versuchen natürlich ständig die Bibel unglaubwürdig darzustellen. Im Jahre 331 nach Christus kam Konstantin und es gab so viel Streit zwischen den verschiedenen Religionen. Er zog das Kleid des Heidentums an und er befahl, dass eine ekumenische Bibel geschrieben würde, die die Problemtexte, die Jesus hervorhoben als Alleinerlöser, entfernen würde. Und somit hat er Eusebius einen Auftrag gegeben, um diese Bibel ekumenisch neu zu überarbeiten. Damit sie für alle Gruppen auf Erden zugänglich oder alle zufriedenstellen würden. Und Eusebius war ein Volker Origens und das kann man auch in den okkulten Geschriften der Okkultisten nachlesen. Das ist so, sie nennen ihn als einer von ihnen. Und dieser Eusebius hat dann ein paar, hat eine Übersetzung gemacht oder eine Schriftrolle dargestellt, wo ausgebessert wurde im Urtext das, was die Okkultisten plagten. Von dieser Bibel, wenn wir das eine Bibel nennen, waren da wahrscheinlich 50 Manuskripte, wovon die meisten nach Alexandria gingen und wahrscheinlich ein paar nach Rom. Denn Rom und Alexandria waren die zwei Sitze des Okkultismus. Und in diesen Schriften haben wir die Arian Heresy. Die Arians haben geglaubt, was ist das in Deutsch, Arien? Ariane. Die Ariane haben geglaubt, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Die Ariane haben gelehrt, die okkulte Lehre, dass er ein geschaffenes Wesen ist, so wie wir, und dass der Mensch die Gottheit erreichen kann. Also das ist okkulte Lehre. Und die Vulgata hat eine okkulte, arianische Lehre. Und dann wundert man sich, warum der Katholizismus die arianische Lehre bekämpft hat. Aber wenn man versteht, dass sie zwei Lehren haben, eine für innen und eine nach außen, dann wird das eigentlich deutlich. Die spielen das sogenannte deklektische Spiel. Zwei Lehren, wovon eine die Innenlehre und eine die Außenlehre ist. Denn die Menschen waren überzeugt, dass Jesus der Erlöser ist, also lieber das verteidigen und den Gunst der Menschen behalten, als es als Gegner dazustehen und den Gunst der Menschen zu verlieren. Lieber über lange Zeit die Wahrheit abbauen, bis dass sie da sind, wo sie sein wollen. So funktioniert das. Also 1481 wurde dieses Vatikanische Manuskript entdeckt mit seinem arianischen Stil von Oregon. Und das kam gerade rechtzeitig natürlich für den Kampf gegen die Reformation, die den Textus Recepticus, die einzigste Bibel, die bestand vor dem, denn das wurde erst 1481 entdeckt. Also bis zu 1481 in der Welt gab es nur Textus Receptus, nichts anderes. Nichts anderes. Jetzt muss man glauben, jetzt muss man stark sich das überlegen, dass wenn es wahr ist, dass die neuen Manuskripte so viel besser sind, dann ist es so, dass Gott bis zur Zeit der Reformation den Menschen eine unglaubwürdige halbe Bibel geschenkt hat und zufälligerweise nur das Papsttum das große Glück hatte, um die beiden Manuskriptrollen zu haben, die die Wahrheit haben für unsere Zeit. Müsste man glauben. Und die Juden, alle Juden, das ganze Judentum hatte immer nur eine halbe Bibel. Denn das Alte Testament ist auch ganz anders in diesen als in den anderen. Wir werden das bald sehen. 1844 wird dann dieses sinaitische Manuskript bei Mount Sinai entdeckt. Ursprünglich war der Sitz natürlich Alexandria. Da war die Riesenbibliothek. Und diese Bibliothek wurde durch die frühen Christen vernichtet, weil sie okkult war. Und das war ein Riesenschlag für den Okkultismus. Und der Okkultismus ist unter Grund gegangen. Einige von den Manuskripten sind rausgeschmuggelt worden, sind begraben worden. Und einige von denen sind erst in 1945 wieder entdeckt worden. Und somit haben wir jetzt diese modernen Evangelien, das Evangelium von Petrus und das Evangelium von Thomas, das jetzt überall in den Zeitungen verbreitet wird. Und wo alle schreien, Halleluja, jetzt haben wir Altmanuskripte entdeckt. Jetzt können wir endlich sehen, worum es geht. Es geht um okkultische, alexandrische Manuskripte, die heute modern gemacht werden. 1881 kommen Westcott und Roth. Das ist also knapp danach, nach der Entdeckung dieses Kodexes Siniticus in Sinai. Und das sind zwei Professoren, Gelehrte, in der High England Church, die anglikanische Kirche. Und sie gebrauchen diese Texte, um einen neuen griechischen Text darzustellen. Und dieser moderne griechische Text ist wesentlich anders als der Textus Receptus, auf denen eure alte Bibeln vor 1900 basiert waren. Es ist auch wesentlich anders als alle anderen, die in der Welt bestanden bis zu der Zeit. Und die Jehovas Zeugen Bibel ist die erste, die geändert wurde diesbezüglich. Das ist interessant. Die Jehovas Zeugen hatten anfangs nicht ihre eigene Bibel. Die hatten sie nicht. Sie hatten eine ganz normale King James Bibel. Und dann wurde ihnen gesagt, hier ist eure Bibel, nehmt einen schwarzen Stift und jetzt kreuzt aus, das werde ich euch nachher in dem Vortrag zeigen, diesen Text, diesen Text, ändere das, ändere das, kreuzt diesen Text, diese Texte, diese Texte. Und nachher waren viele Texte einfach weg aus dieser Bibel. Über Zeit haben sie dann Zeit bekommen, um ihre eigene Bibel zu drucken, wo diese Texte dann entfernt waren. Tragischerweise ist die Bibel dann wesentlich dünner geworden bei den Jehovas Zeugen. Aber ich möchte heute Abend euch sagen, dass die Jehovas Zeugen tausende Worte mehr in ihrer Bibel haben, als was wir heute in unseren modernen Übersetzungen haben. Wisst ihr, wenn wir die Revised Standard Version von der Bibel nehmen und wir würden aufschlagen, in der Mitte von Apostelgeschichte, ihr könnt das ja mal tun, in der Mitte von Apostelgeschichte aufmachen und nochmal so blättern, bis zum Ende von Offenbarung, wie viele Worte da sind. So viele Worte sind weg aus der Bibel. Das ist grauenhaft, bis zu 63.000 Worte weg. Also das Argument geht nicht über einen alten Text, gegenüber einem modernen Text, das Argument geht über zwei alte Texte oder zwei alte Textgruppen, wo die eine alexandrisch war und die andere